Na, mal schauen, was hinter Tor Nummer 3 ist. Na, die sind aber groß. Ist hier irgendwo der Hauptrechner? Warte mal, die sind blind, oder? Dann kann ich die Lampe anhalten. Was? Halt die Klappe! Sag mal, wieso lebst du überhaupt noch? Ach ja, die eine hat ja irgendwas gesagt. Aha. Hier darf aus irgendeinem Grund alles nicht sterben. Ich muss es doch bestimmt locken können, oder? Geh da hin. Keine Ahnung, wo das Ding ist, aber ich will es auch nicht wissen. Ah, Sackgasse! Hier ist ja gar nichts. Super. Ist das hier irgendwo in der Nähe? Aha, da vorne ist es. Ich habe gerade was gesehen. Oh, da steht es. Oh, da vorne ist der Hauptrechner, oder? Was steht da? Netzbefehler, keine Vermittlung zum Hauptrechner möchte, bis jetzt in den Router zurück. Ja, mach mal. Äh. Oh, 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 oh. Was ist das denn, wenn den... Halt die Klappe! Okay, geht wieder nach links. Ich muss den Router einschalten. Was steht da, was steht da, was steht da, was steht da? Das ist ein Schalter, Oling. Warum ist es immer so laut? Was passiert denn jetzt da? Ist der Router an, oder was? Äh, warte mal, wo ist hier? Geh weg, Mann! Geh weg, Mann! Okay, was steht hier? Äh, Zeit für Zurück-Saktion überschritten. Was? Was? Hier, muss ich das alles jetzt nochmal machen, oder was? Hä? Muss ich jetzt hier irgendwas noch machen? Oder was ist jetzt hier los? Wobei, ne, da steht Router aktiv. Hauptrechter online. Zeit für über... Ne, Zeit für Zurück-Saktion überschritten. Hä? Also, ich kann hier nichts mehr machen. Hier kann ich auch nichts... ...tun. Ich geh mal davon aus, dass das richtig ist. Hoffe ich mal. Hoffe ich doch sehr. Warum ist das Viech jetzt eigentlich so weit nach vorne gegangen? Wo ist das dicke Ding eigentlich? Ah ja, da. Also, solche Monster mag ich ja. Blind, wie ein Maulwurf. Aber gehen überall dahin, wo ein Geräusch war. Das sind die einfachsten Viecher. Halt die Klappe da hinten. Und du, stöhne hier nicht so rum. So, schön, Tür zu machen. Und wieder nach oben. Achso, ja. Was? Hallo? Achso, ja. Mit dem Mausklick vielleicht machen. Was? Was? Wie hat das Ding denn bitte jetzt... Das Ding... Hallo? Wie hat es die Schaltfläche da benutzt? Mit dem Kopf dagegen gehämmert, oder was? Ich höre hier noch so ein Ding. Da ist irgendwas. Das Tor war vorher zu. Da ist irgendwas. Ich will nicht wissen, was das ist. Hauptsache, ich kann jetzt den Rechner einschalten. Äh, rechts, ne? Ja. Der Legacy-Skann von mir, der auf dem Computer war. Was hast du ihn für? Es ist ein Template, das ein Intelligenz-Pathwerk hat, bereits in die Basis. Ähm... Hochlanden? Ähm... Hochlanden? Ähm... Hochlanden? Täter, okay. Wo steht denn hier irgendwas mit Täter? Ähm... Ich sehe hier nix von Täter. Egal, ich mach einfach das mal. Ähm... Ähm... Okay... Aber hier sind die beide nicht. Sich... Woher erkenne ich denn, was denn was hier ist? Weil da steht doch nicht irgendwie jetzt... ...was die... ...gemacht haben oder wo die arbeiten oder so. Ah, egal. Ich mach einfach mal alle. Irgendeiner wird schon richtig sein. Nein... Ich glaube nicht so. Stromar hat Leute aus der evacuierten Saiten-Zesat. Sie sollten auch die Siphre kennen. Wenn ihr einen von ihnen findet, dann hätte ich welche. Hach... Okay, versuche tatsächlich die Info noch und dann eine. Welche Info? Das Einzige, was ich hier unten sehe, ist eine Anmerkung. Und da habe ich nichts in der Art gelesen. Und das hier, was hier steht, bebringt mir doch gar nichts. Oder? Habe ich die jetzt gemacht? Nein. Wie gesagt, ich mache einfach mal alle. Irgendeiner wird schon richtig sein. Nerv nicht. Hast du ein Problem damit, dass ich so viel hochladen tue? Mann, ey. Regt dich doch nicht so auf. Was machen wir genau? Hey, das? Das war nicht so schlecht. Das Schroemart wirklich hat mich aufgetan. Bastard. Was? Was ist passiert? Woher gehts alle? Nicht Angst. Chun? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Es gibt nichts hier. Nehmen Sie mich, Herr Wan. Es wird alles besser. Nein, nein. Das ist ein Lied. Okay, calm down, Mr. Wan. Nein, nein, nein. Warum, warum machst du das mit mir? Ich vertraute dich, Chun. Ich vertraute dich! Ja, wie erst mit einem Strand? Das war nicht so schlecht. Das Schroemart wirklich hat mich aufgetan. Bastard. Was? Wie kam ich hier? Willkommen zurück, Herr Wan. Dr. Chun, ist das dich? Was ist passiert? Was ist das Ort? Hör, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich brauche die neue Sicherheit. Dr. Chun? Ich höre deine声en, aber es ist kein Mensch hier. Es ist kein Mensch hier. Es ist leer. Es ist leer. Es ist wirklich falsch. Es ist wirklich falsch. Es ist nicht real. Es ist nicht real. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Also lass uns die Session kurz halten und die Suffering zu einem Minimum. Wir müssen den neuen Sicherheitscypher bekommen. Warum machst du das? Ist das ein Trick? Ich gebe dir nichts. Ich versuche, viele Menschen zu retten. Nein, du lacht. Das ist alles eine Lüge. Schau an das Ort, es ist ein Scherz. Geh mich aus hier, Charo, schau deine Augen rein! Ich glaube, wir müssen die Szenen bauen, damit es mehr was er erwartet hat. Als er die Angst hat, haben wir ihn verloren. Du bist richtig, wir müssen das durchführen. Wir brauchen mehr Daten. Na, herrlich. Ist vielleicht hier irgendwas Nettes? Ein Scan-Log und ein Zeitplan. Hätte ich jetzt von hier irgendwelche Infos kriegen können? Oder auch nicht? Dahinten war das andere Teil, oder? Ja. Was? Guckt hier an keiner? Wieso kann ich das nicht... Menno! Ich will aber! Aber ich brauche doch bestimmt irgendwas von hier, oder? Eingeschränkter Dateizugriff, ja. Hm. Ach, hier! Ja, okay. Ich seh schon, ich seh schon, ich seh schon, ich seh schon. Ich seh schon! Gib mal her, das Ding! Und rein da. Defekte Daten? Aha, super. Stimmt an den Scan-Raum, oder? Ja, dachte ich mir schon. So, mitnehmen und wieder da hinten einstecken. Ja. Das war nicht so schlecht. Das war mir wirklich gut. Bistur? Was? Wo ist er... Alice? Erg, Herr Wan. Der Scan ist erfolgreich. John? Wo ist Alice? Sie ist gut. Wir haben nicht viel Zeit, Herr Wan. Ich brauche die neue Sicherheitsgefahr. Was? Warum? Warum brauchst du das? Das ist ein Trick. Bitte, calm dich. Ich weiß, du kannst dich nicht vertraut, wenn nichts davon ist. Aber du wirst mich nicht, Wow! Du hörst mich? Du wirst mich nicht! Wie viele Mal werden wir das tun? Komm schon, Simon, nicht jetzt. Ich dachte einfach mal alles drauf, was da irgendwie draufgeladen werden kann. Irgendwas wird schon funktionieren. Menno! Hier geht gar nix, Menno! Ist das doch blöd! Okay, also hier kann ich schon mal jetzt wohl nichts mehr machen. Das ist blöd. Das ist, äh... Wo kann ich das Ding noch irgendwo hinklatschen? Hier vielleicht? Äh... Ich glaube nicht, oder? Oder hier in einem Stuhl? Oder an der Maschine? Naja, sieht nicht der noch aus. Naja, hier hinten war gar nichts mehr. Oder muss ich das Ding auch mal da reinstecken? Mal gucken. Ach, das geht gar nicht rein. Ja, gut, dann, äh... Verdammt. Aber da. Oder wäre es zumindest. Hm. Lass mich raten, ich muss bestimmt an diesem Modul hier auch irgendwas ändern, oder? Oder gibt's hier noch ein zweites? Nee, hier sind alle defekt. Hier ist nix mehr. Was mach ich denn dann? Ja, ja. Hm. Ich brauch so ein Unterstützungsmodul. Ich weiß aber nicht, von woher. Hier kann ich nirgendwo was einstecken, soweit ich weiß. Hier ist gar nichts. Hm. Ist hier noch irgendwas? Ich wünsche dir einen neuen Branden besser. Was würde ihm sprechen? Was würde ihm wissen? Branden Wan's room. Ich werde dir die Locker für dich. Wenn wir ihn kennen, können wir vielleicht die Simulation ein bisschen leichter machen. Tja, und dann waren sie weg. Wir sind bereit, um zu gehen. Ich hörte eine Frau, die Brandon zu sagen, um zu hurry zu gehen. Du hast das von der Intercom bekommen? Es muss ein Transmission-Buffer sein. Hör auf. Das ist Alice Koster. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich nicht kennen. Interessant. Da gibt es eine Note von Alice, die macht mir denken, dass sie mit Brandon bekannte. Okay, das klingt wirklich präsentiert. Wir können das definitiv benutzen. Ich glaube, wir haben es geschafft, Simon. Ich kann Alice von der Intercom synthetisieren und sie benutzen, um sie für die Simulation zu empfehlen. Wir können ihn schlafen, um sicher zu sein, um zu öffnen. Great. Ich fühle mich definitiv gut daran. Gute Arbeit mit der Intercom. Ich wusste nicht, dass du in meinem Daten würdest. Was ist es? Es ist nur etwas, was ich jetzt mache. Also es kommt natürlich zu dir. Was ist wirklich interessant? Ja, ich werde es sicher zu meinem Datingprofile addieren. Also habe ich jetzt genug Infos zusammen? Gut, dann kann ich hier wieder zum Rechner hin. Ich habe das Alice-Module, das wir nutzen können. Also wird sie mit Brandon in der Simulation sein. Eigentlich. Ich muss noch das Gespräch machen, aber es wird klingt und klingt wie Alice. Gut, dann, äh, ich mache mal das hier im Scanner. So. Das war nicht so schlecht. Stromart hat mich wirklich gut gemacht. Bastard. Das ist das, was du für diese Geschichte zu hören. Ich glaube, ich hatte es zu kommen. About Stromart. Er hat mich auf die neue Seite für Asaph. Was soll ich ihm sagen? Das ist okay. Ich kann ihn mit ihm sprechen. Wie? Wie? Didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. Ich fühle mich auf. Okay. Es ist 1729 über 42. 12 über 407. Got it? Ja, ich got it. Ich bin entschuldigung, Herr Duong. Brandon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nein, warte. Das ist genug. Wir haben was wir brauchen. Ist das was wir sind? Simulations? Ja, aber es sollte keinen Unterschied machen. Du bist immer du. Ich bin nicht sicher, was mit den Daten zu tun. Du entscheidest. Welchen Daten? Von den Typen? Hm. Also einfach herunter. Muss ich die Dinger jetzt noch mitnehmen? Oder wohin jetzt? Äh. Auf jeden Fall mache ich mit den Dingern hier schon mal nichts mehr. Das ist, äh... Gut. Äh... Okay. Was ist da jetzt rausgekommen? Das war vorher aber noch nicht da so. Muss ich jetzt an irgendeinen Rechner dran? Warte mal, wieso bin ich... Wieso bin ich überhaupt nicht hingekommen? Weiß es gar nicht mehr. Ach ja, genau. Stimmt ja. Das war's. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt hier irgendwie quer durch die Gegend geistern für nichts. Wieso? Irgendwas ist da rausgekommen, oder? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Lass uns gehen und... Huh. Das ist witzig. Nun, egal. Was musst du mir machen? Geh in den Dock. Der Omni-Tool kann jetzt die Tür öffnen. Und geh in den Dunbach. Dann leg ich mich in und ich werde uns in den Abyss nehmen. Klingt leicht genug. Jo. Wenn da nicht die ganzen Monster wären. Das Ding hier habe ich mir irgendwie größer vorgestellt. Naja. Was soll's. Muss ich hier irgendwas aktivieren? Ach, da ist ein Raum. Okay. Ach ne, hier ist nur ein Pult. Äh, was? Hä? Hier lässt sich nichts bewegen. Ah, da ist was. Ähm, was nicht geht. Hallo? Warum ist da oben ne Tür? Warum kann ich hier nichts bewegen? Was denn das? Ey, ich bin jetzt grad... Ach, ne, ne? Da ist so ein scheiß Kabel. Du würdest mich doch verarschen. Du würdest mich doch verarschen. Echt toll. Nur wegen so nem blöden Kabel, den ich nicht gesehen hab. Ach, jetzt kann ich's drehen. Was? Ja, sorry. Ich wollte dich halt abkoppeln, aber wenn du das nicht willst, dann geh ich halt wieder. Na, jetzt weiß ich dafür aber, warum ich die Treppe hier bewegen kann, weil ich da hinten rausgehen soll. Äh, 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 äh. Äh, super. Da. Oh, hier geht's runter. Huch, das war jetzt komisch, auch klar. Ach, ich will noch nicht aufstehen. Okay, da geht's nicht weiter. Hier passiert doch gleich irgendwas, oder? Hm? Ventilator, oder? Ja. Was ist denn das hier jetzt? Komm, Nuckel, immer mal hin. Lecker. Ich weiß. Wo bin ich denn hier? Scheint ja wie eine Art Labor zu sein. Solche Mäuse heiße ich. Ich weiß nicht, wie man mit den Dingern umgehen soll. Komm, hier, weg mit dir. Du Aufstuhl. Ah ja, das Teil darf ich da einsetzen. Ja, das... Mach ich später. Mach ich später. Ich mach erstmal hier einen Cut. Hab also jetzt keine Lust, dass mir die mich jetzt hier vollquasseln tut. Und ich sollte mir merken, dass ich hier diese Kabel hier irgendwo... ...einstöpseln kann? Äh... Ich hab nicht gewusst, dass ich das da reinstöpseln kann. Aber okay, warte mal. Dann kann ich das bestimmt auch irgendwo hier einstöpseln, oder? Ähm, ähm... Hier sind sogar zwei. Äh... Oder halt auch nicht. Gut. Ja, wie gesagt. Ich mach jetzt hier erstmal einen Cut und demzufolge auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.